Einblicke in Heidi Klums Privatleben? Kein Problem! Ob Schmusen mit Tom oder die ungeschminkte Wahrheit, die 46-Jährige versorgt uns ständig mit Neuigkeiten aus ihrem spannenden Leben. Doch eins scheint ihr heilig, ihre vier Kinder. Die schützt sie so gut es geht vor der Öffentlichkeit. Auf gemeinsamen Bildern werden die Gesichter nicht gezeigt und zum Beispiel wie hier mit bunten Smileys versehen. Nicht so auf einem von Heidis neuesten Schnappschüssen. Familie Klum-Kaulitz ist seit einigen Tagen in Paris unterwegs. Und wer lugt uns von diesem Schnappschuss entgegen? Diese Augenpartie gehört tatsächlich zu Heidis Sohn Johann. Und der 12-Jährige ist dieses Mal weder verdeckt noch verpixelt. Neugierig schummelt er sich auf Mamas Selfie. Schön, wie viel Spaß die Familie zusammen hat. Auch für Kultur können sich Heidis Jüngste begeistern, denn wenig später entstehen noch diese Aufnahmen im Museum. Hier allerdings wieder ohne die Gesichter ihrer Kids.